Wir dürfen uns wieder entscheiden. Äh, was? In Quest-Ur-Mitglieder. Boah, nee. Wir können die doch nicht sterben lassen. Ja, sicher. Du, Killer. Gut. Ich bin nicht dafür. Scheiße, Abstimmung hier. Ihr seid Killer, ey. Wahrscheinlich hätten die uns jetzt geholfen. Natürlich. Irgendwie stimmt hier doch noch was nicht, oder? Tja. Ja. Versucht objekten. Ah, hat nicht in einen. Oha. Irgendes Kristall. Jetzt sind wir am Arsch, weil wir die nicht gerettet haben. Wir sind... Was ist denn hier los? Was? Halt die schon wieder mit ihrer Regel. Oh, ich bin gefangen, ich bin gefangen. Zack, tot. Oh, ich bin gefangen. Nee, da kannst keine Chance, kann es nicht retten. Ja, nee. Ich bin schon an Bord. Was ist das? Ich bin schon an Bord. Komm schon. Hahaha Mann, Mann, der Weg, Mann, gut drauf, ne? und tot eine fucking burs ein ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin in Toto. Ah, ich habe einen kleinen Bug gefunden. Wenn hier hinten, hier sind so Wasser, äh hier, Sanduhren mäßig, da könnt ihr euch sehr gut wieder recken, wenn ihr ziemlich am Arsch seid. Wo ist er denn jetzt? Ne, freu ich mich auch. Wieder weg. Ich meine, eigentlich hat alles am Ende zusammen an. Oh, was gibt's in der Küste? Also jetzt, wenn man hier hinten zu den Sanduhren geht, dann kommt man aus dem Kampf und dann kann man sich sehr gut retten. Habt ihr euch alle die Küste geschnappt? Ja. Jupp. Jupp. Ein Kupro abgeholt. Ja, das ist ein Kupro abgeholt. Ja, das ist ein Kupro abgeholt.